Bольше бесплатных Video по изучению языка. Перейти на сайт learning-defici-sintensias.com, ссылка в описании. Hallo. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne ein Brot, 10 Eier und Milch kaufen. Ja, wie viel Milch möchten Sie? Ich brauche zwei Flaschen Milch, bitte. Okay, sonst noch etwas? Haben Sie auch Äpfel? Ja, hätten Sie gerne grüne oder rote Äpfel? Ich nehme vier rote Äpfel. Hier, bitte sehr. Brauchen Sie sonst noch etwas? Nein, das ist alles. Wie viel kostet das? Das kostet 12 Euro. Ich möchte bitte mit Karte bezahlen. Ja, klar. Hier ist Ihre Quittung. Können Sie mir eine Tüte geben? Ja, natürlich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke, auf Wiedersehen. Hallo, was kann ich für Sie tun? Ich hätte gerne drei Bananen, vier Tomaten und eine Flasche Cola. Oh, ich fürchte, wir haben nur noch Pepsi. Ist das in Ordnung? Ja, das geht in Ordnung. Brauchen Sie sonst noch etwas? Ja, haben Sie auch Oliven? Ja, wir haben grüne und schwarze Oliven. Welche mögen Sie lieber? Ich nehme die grünen Oliven, bitte. Das ist alles. Okay, brauchen Sie eine Plastiktüte? Ja, bitte. Das macht 6,20 Euro. Ich möchte bar bezahlen. Ja. Danke, hier ist Ihr Wechselgeld und Ihre Quittung. Sehr gut, danke. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen. Was wollen wir im Supermarkt kaufen, Mama? Lass uns zuerst in die Abteilung für frisches Obst gehen. Wir brauchen Tomaten und Karotten. Ich würde gerne ein paar Orangen kaufen. Die sehen so frisch aus. Du solltest sie in eine Plastiktüte packen. Uns ist das Müsli ausgegangen, also müssen wir zwei Schachteln kaufen. Sind die in Ordnung? Mama, kann ich ein paar Chips kaufen, um später etwas zu essen? Ich fürchte nein, Chips sind nicht gesund. Ich werde nachher ein paar Kekse backen, dann habt ihr einen tollen Snack. Wir brauchen Mehl, Zucker, Butter und Eier. Wir brauchen Mehl, Zucker, Butter und Eier. Ich würde auch gerne Joghurt kaufen. Ich würde auch gerne Joghurt kaufen. Ist das in Ordnung? Ja, sicher. Ich nehme zwei Becher. Lege sie in den Einkaufswagen. Warum sind wir in die Frischfleischabteilung gekommen? Müssen wir hier etwas kaufen? Ja, wir brauchen Hähnchen, weil ich das für den Geburtstag deines Vaters kochen möchte. Schau mal, diese Tiefkühlpizza ist bestimmt lecker. Bitte leg sie zurück, du bekommst zu Hause leckeres Essen. Entschuldigen Sie bitte. Ja, kann ich Ihnen bei irgendetwas helfen? Wir sind auf der Suche nach Eiern. Tut mir leid, wir haben im Moment keine Eier mehr. Okay, und was ist mit braunem Zucker? Der ist ganz hinten. In der Nähe der Backwarenabteilung. Ich danke Ihnen. Sieh mal, Mama, diese Artikel sind im Angebot. Sie sind 25% reduziert. Ja, das ist ein sehr guter Preis. Ich werde diesen Reiniger kaufen. Lass uns jetzt zur Kasse gehen. Wir sind mit dem Einkaufen fertig. Legen wir alles auf das Band. Hallo, wie möchten Sie bezahlen? Bar oder mit Karte? Ich zahle mit der Kreditkarte. Das macht 46 Dollar. Hier, bitte sehr. Ich danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Entschuldigen Sie bitte. Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde diesen Joghurt gerne zurückgeben. Ich habe ihn heute Morgen gekauft und gerade gemerkt, dass er schon schlecht ist. Sicher. Das tut mir leid. Können Sie mir Ihren Kassenbon zeigen? Ja, hier ist er. Perfekt. Hier ist Ihr Geld. Danke. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Vielen Dank.